Und damit willkommen zu einem weiteren LS22 Video. Ich habe mich gestern gefragt, was sind eigentlich so die beliebtesten Mods und habe dann einfach mal nachgeguckt, was sind denn die beliebtesten Traktor Mods. Zuerst war ich auf der normalen Farming Simulator Seite da im Mod Hub unterwegs und war in allererster Linie komplett verwirrt. Und wenn man danach meistgeladen filtert, findet man irgendwie alles und jeden und das ist irgendwie, das macht irgendwie keinen Sinn, was da ausgespuckt wird. Also bin ich zum Vorboden Mods gewechselt und habe dort mal geguckt. Dort kann man entweder in die verschiedenen Kategorien reingucken oder halt auch alle Traktoren einfach nur als meistgeladen filtern. Und dort war das Ergebnis denn schon etwas eher sichtlicher. Und ich war wieder verwirrt. Denn ich habe was komplett anderes erwartet, als das, was ich vorgefunden habe. Es waren einfach teilweise ja auch die Traktor und auch die Traktormarke, die ich erwartet habe. Aber in allererster Linie war zumindest Platz 1 ein Fahrzeug, was ich an der Stelle nicht erwartet hätte. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was denkt ihr, was ist Platz 1, was ist der meistgeladene Traktor Mod, den es für den LS22 auf Vorboden Mods gibt. Und ich würde sagen, wir gucken uns Platz Nummer 5 an, nachdem du dem Video ein Däumchen nach oben hinterlassen hast. Let's go! Platz Nummer 5 mit insgesamt über 17.000 Downloads haben wir ein Fendt, Favorit 600 Mod. Verbaut sind Simple IC. Wir haben einen GPS Mod mit drin, der auch animiert ist. Und wir haben diverse verschiedene Möglichkeiten zu konfigurieren. Wir gucken uns den einmal ganz kurz hier von außen an. Wir haben hier jetzt als Beispiel den Favorit 615 LSA. Das ist auch das Modell, was ich damals im LS22 Ultima XL gespielt habe. Reden, schlimm. Und den steigen wir nochmal ein und machen einen kurzen Soundcheck. Und danach gucken wir uns den im Shop an. So, let's go! Rein da! Das hier ist das GPS Modul. Das ist auch wirklich nur da, wenn man GPS mit reinkonfiguriert. Also als Design für echtes GPS braucht man natürlich noch den GPS Mod. So, von innen sieht der wirklich schick schön aus. Und dann würde ich sagen, machen wir doch einen kurzen Soundcheck von außen. Und damit das Ganze nicht zu lang geht, hier werden wir direkt in den Shop gehen. Finden tun wir die verschiedenen Fendt 600 Modelle unter den mittelgroßen Traktoren. Wir haben einmal den 600 SL 76 bis 78, 78 bis 83, 83 bis 87 und 87 bis 93. Wir gucken uns konfigurationstechnisch gleich nur das größte Modell an. Wir gucken hier aber mal eben kurz rein. Wir haben hier für 26.400 Euro haben wir 90 bis 150 PS. Für 30.800 Euro haben wir 110 bis 150 PS. Für 35.200 Euro haben wir hier 110 bis 150 PS. Und hier haben wir nochmal für 39.400 Euro 110 bis 185 PS. Gewichtstechnisch haben wir hier 7,8 Tonnen, 7,7 Tonnen und 7,7 Tonnen. Wir haben beim größten Modell haben wir einmal 110 PS. Wie gesagt, als Standard manuelles Getriebe. Wir haben 220 Liter Diesel, 40 kmh, 7,8 Tonnen. Wir haben als Motor-Configurations 611 LS Turbomatic. Da haben wir 612, 614, 615 und den 611 LSA Turbomatic E. Dasselbe nochmal 612, 14, 15 und das war's. Und mit den 615 LSA Turbomatic E haben wir 185 PS. Also ein klein wenig mehr Power. Als Reifenwertsteller haben wir Michelin, Fredestein, Continental, BKT und das war's. Hier muss ich tatsächlich auch sagen, hier würde ich mir ein paar mehr Reifenkonfigurationen wünschen insgesamt. Wir haben zum Beispiel bei Michelin nur Standard und Zwillingsbereifung. Bei Fredestein haben wir nur die. Wir haben bei Continental haben wir nur die Standard plus Breitreifen. Das war's denn auch schon. BKT haben wir auch wieder nur die. Und dann haben wir schon wieder nur Michelin. Also wir haben hier keine Pflegebereifung oder so. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Designtechnisch haben wir Standard. Dann haben wir hier einen Batteriekasten hier um die Batterie herum. Oder wir können auch noch einen Teppich innen hinzufügen. Dann haben wir nicht so einen Plastikboden. Rundumleuchte haben wir entweder keine. Links plus rechts. Dann haben wir GPS. Wie gesagt, bei GPS, das ist jetzt erstmal nur ein optischer Mod, damit ihr den auch nutzen könnt. Braucht ihr natürlich den GPS-Mod. Wir haben ein Frontanbaumöglichkeiten. Einmal Gewichteträger. Dann haben wir immer noch 7,8 Tonnen. Dann haben wir Frontgewicht 50 Kilo. Und das können wir jetzt einfach so hochkonfigurieren. Bis wir bei 500 Kilo angelangt sind. Dann wiegt der schon 8,3 Tonnen. Oder wir haben halt eine Fronthydraulik. Die witzigerweise auch nur 100 Kilo wiegt und nicht mehr. Bei der Fronthydraulik ist ein doppelt wirkendes Steuergerät und eine Zapfwelle dabei in dem Fall. Dann haben wir noch Luftfilter. Aktuell haben wir den kleinen Luftfilter. Das ist der hier. Den können wir nochmal in etwas größer. Noch größer. Und nochmal anders. Also neu in dem Fall. Hier haben wir alt. Hier haben wir neu. Das sind die Möglichkeiten, die wir hier dazu konfigurieren können. Hauptfarbe haben wir einmal hier das Fendt Grün Alt oder Fendt Grün Neu. Designfarbe haben wir entweder Fendt Silver Plastik oder Black Plastik. Das geht hier um die Gitter hier vorne. Und dann haben wir nochmal als Felgenfarbe Rot, Grau, Beige und Gelb. Das ist Platz Nummer 5 mit 17.000 Downloads der Fendt Favorit 600 LSA. Platz Nummer 4 mit auch über 17.000 Downloads ist ein, na was denkt ihr, genau, Fendt Pharma 300. Und hier witziger Side-Fact. Ich habe diesen Mod mal vorgestellt. Und der Modder hat einfach meinen Femmeer geklaut und benutzt das jetzt auf die ganzen Mod-Seiten. Danke fürs Fragen. Genau, also wunderschöner Traktor. Ich habe den als Top-Mod damals vorgestellt. Wir haben viele, viele verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Einen sehr schönen Sound erinnere ich mich noch dran. Wir haben hier jetzt auch einmal das Top-Modell quasi stehen. Nicht komplett ausgerüstet. Ich habe den Frontträger weggelassen. Und wir haben hier einen Bass-Frontlader-Anbau dran. Und ich würde sagen, auch hier machen wir einen kurzen Innen-Check. Und der Sound-Check sieht wieder sehr schön aus. Und in dem Sinne auch einen kurzen Sound-Check. So. Und damit geht es dann direkt auch wieder in den Shop. Finden tun wir die drei verschiedenen Konfigurationsstrukturen unter den Kompakt-Traktoren. Dort hätte ich übrigens den 600er auch gesehen. Wir haben einmal den Fendt Pharma 300 LS. 58 bis 86 PS. Voll synchronisiertes Gruppengetriebe mit Overdrive 1540. Wir haben 107 Liter Diesel, 40 kmh, 3,6 Tonnen. Denn den 300 LSA für 1.000 Euro mehr. Selbe PS-Zahl, selbes Getriebe. Und gewichtstechnisch wiegt der nur 100 Kilo mehr. Und dann haben wir quasi das Top-Modell hier aus dem Mod. Der Pharma 300 Vario Prototyp. Ich weiß gar nicht, ob es den in echt so gab. Aber der hat ein stufenloses Getriebe. Wir haben einmal hier ganz basic 40.000 Euro, 58 PS, stufenloses Getriebe, wie gesagt. 80 Liter Diesel, 40 kmh, 3,7 Tonnen. Als Modell haben wir hier den 304. Dann haben wir den 305 mit 63 PS. Den 306 mit 70 PS. Den 307 mit 70 PS. Okay. Wild. Dann haben wir den 308 mit 78 PS. Und den 309 mit 86 PS. Und das war's. Reifenhersteller. Da haben wir BKT. Wir haben Trelleborg. Wir haben Continental, Michelin, Mithas. Wir haben die Nokian, Tribes, Fredestein. Und bei BKT haben wir ziemlich viele besondere Reifen, die halt, ich sag mal, speziell zum 300er LS, beziehungsweise LSA passen. Wir haben trotz dessen, dass wir hier diese ganzen, ich sag mal, Originalreifen dabei haben, haben wir immer noch die ganzen Standardbereifungen, die wir aus dem Spiel so kennen. Damit wir den so konfigurieren können, wie wir wollen und nicht auf das angewiesen sind, was der Modder sich da überlegt hat. Finde ich immer sehr, sehr schön. Wir haben hier, ich klicke einfach durch, ich lese es gar nicht vor. Ja, damit habt ihr jetzt einmal alles gesehen. Ich sag mal, das sind ja die typischen Reifen, die man damals bei dem Traktor hatte. Und wie gesagt, wir haben trotzdem noch die ganzen Standardbereifungen, die es im Spiel so gibt. Und auspufftechnisch haben wir einmal den Standardauspuff. Da haben wir Auspuff Nummer 2. Das ist so ein, ich nenne jetzt mal Unterbodenauspuff, damit hier die Sicht nicht verdeckt ist. Kann durchaus Sinn machen. Da haben wir ja noch ein Edelstahlrohr. Und das war's. Rundumleuchte haben wir entweder keine. Rundumleuchte links, Rundumleuchte rechts oder halt beide. Da haben wir Kotflügel. Haben wir aktuell keine dran. Wir haben dann einmal diese Kotflügel, diese Kotflügel dann für etwas größere Reifen und halt dann keine. Gewichteträger. Entweder haben wir einen Gewichteträger oder wir haben eine Fronthydraulik. Wir werden gleich mal gucken, ob es zum Gewichteträger auch noch ein Gewicht gibt, was dazu gehört. Gucken wir gleich uns nochmal an, ob da was irgendwie zugeliefert wurde. Das habe ich jetzt im Vorfeld gar nicht überprüft. Wir haben einen Frontladeranbau, entweder Stoll, wir haben Bars. Ja, da bräuchtet ihr dann den Mod noch dazu für den passenden Frontlader von Bars. Aber das wäre dann halt ein, ich sag mal, optisch passender Frontlader zu diesem alten Traktor. Hauptfarbe haben wir, ich sag mal, alles, was das Herz begehrt. Wir haben verschiedenste Fendt-Farben, Dieselrohrs, wir haben das Classic, wir haben das normale Grün, wir haben Petrol, wir haben Schwarz, wir haben Orange, also wir haben Kommunal, wir haben ein Braun, beziehungsweise so Rotbräunlich. Also einmal alles, was geht. Die Design-Farbe wäre, jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir die Design-Farbe? Tja, jetzt bin ich selbst ein wenig verwirrt. Ist die Design-Farbe wahrscheinlich der Frontladeranbau, ne? Die Design-Farbe ist der Frontladeranbau, alles klar. Und dann haben wir Felgen-Farbe auch einmal das Standard-Portfolio, einmal durch, was Fenso bietet. Und was man natürlich noch erwähnen sollte, ist, bei dem Mod ist Simple IC verbaut. Ich habe aber kein Simple IC aktiviert. In dem Sinne, falls euch der Mod interessiert, ladet ihn runter, spielt ein bisschen damit rum und guckt einfach, was ist denn hier an Simple IC so alles verbaut worden. Wir gehen zu Platz Nummer 3. Ich verspreche euch, es sind nicht alle Mods, die ihr sehen werdet, Fen-Mods. Allerdings, Platz Nummer 3 ist ein Fendt 700 Vario von LSFM. Und zwar dieses wunderschöne Modell. Ihr seht, wir haben einiges, was wir dazu konfigurieren können. Unter anderem ein Forstkäfig, diverse Design-Möglichkeiten und so weiter und so weiter. Wir gehen direkt rein in das Modell. So sieht er von innen aus. Wir haben noch keinen Fendt 1 hier drin. Soundcheck. Let's go! Hoppla! Schöner, kerniger, knackiger Sound. Wir haben hier drin verbaut Interactive Control. Er ist für Precision Farming vorbereitet. Wir haben den Real GPS Mod hier drauf. Und ich würde sagen, wir gucken doch direkt einfach mal in Richtung des Shops. Finden würdet ihr den unter den mittelgroßen Traktoren. Ich möchte euch allerdings jetzt nicht spoilern, was wir sonst noch hier so auf Lager haben. Wir haben zwei verschiedene Modelle. Einmal den 700H mit einem stufenloses Getriebe und den 700H ohne stufenloses Getriebe. Darin unterscheidet sich im Grunde, das eine hat ein echtes Vario-Getriebe, das andere hat das Standard-Getriebe vom Spiel. Wir gucken uns das teurere Modell hier an. Einmal 150 bis 296 PS. 400 Liter Diesel. Wir haben 50 kmh und 9,8 Tonnen. Ein relativ schwerer Traktor für seine Größe. Für 162.000 Euro bekommen wir erstmal 150 PS. Natürlich das stufenlose Getriebe. 400 Liter Diesel und 38 Liter AdBlue. 50 kmh, 9,8 Tonnen. Wir haben als Modelle 714, 716, 18, 20, 22, 24 und ein wenig Ship-Tuning für die 296 PS, damit wir auch ein bisschen vorankommen. Dann haben wir als Reifenhersteller Trelleburg, Michelin, Continental, Mitas, BKT, Fredestein, Nokian Tribes. Und bei Trelleburg haben wir beispielsweise Standard, Standard mit Vario-Grip, Radgewichte. Übrigens, immer noch witzig, Standard mit Vario-Grip kostet einfach kein extra Geld. Dabei dürfte Vario-Grip halt grundsätzlich immer deutlich, deutlich mehr Geld kosten. Also Radgewichte, Reitreifen mit Vario-Grip. Hier kostet Vario-Grip wieder nichts. Dann haben wir Radgewichte. Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung komplett. Und dann haben wir auch noch Pflegebereifung hinten. Nicht so ganz lächerlich. So, wir nehmen einfach mal das Teuerste mit, was wir haben können. Das sind hier die 11.000 Euro für die Zwillingsbereifung. Dann haben wir die Design-Line. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Einmal die Bayern Gamers Edition, DNF Edition, Yellow Edition, Blue Edition, Green Edition. Und ja, wir nehmen erst mal Green Edition hier mit. Da haben wir die Design-Technisch, haben wir Ja ausgewählt. Ja bedeutet in dem Fall, dass wir so einen kleinen, pinkelnden Mann an der Fensterscheibe haben. Kann man machen. Muss man aber nicht. So, Forstrahmen haben wir entweder keinen, einen aus Stangen geschweißt, einen mit hier Stahlseile oder einen mit Ketten. Finde ich auch ganz witzig, dass es hier verschiedene Varianten gibt. Wir nehmen jetzt mal keinen. Dann haben wir die Folierung. Hier wäre halt diese, ja, was ist das? Das ist ja so eine Art Folierung, damit man die Kurven vom Traktor nicht mehr erkennt. Also so ein bisschen eher König-mäßig. Aber sieht ganz cool aus. Kann man auf jeden Fall machen. Wir lassen die jetzt allerdings mal eben weg. Da haben wir Schutz. Schutz wäre in dem Fall hier, ja, ein bisschen für den Forstbereich, damit die Tür geschützt bleibt. Oder halt, könnte man vielleicht auch ranmachen zum Häckseln oder so, falls der Häckslerfahrer kein Talent hat für seinen Beruf. Dann haben wir als nächstes Frontlader-Anbau Quique, Hauer, Fendt und halt kein Felgen-Ränder. Das wäre halt Farben. Hier haben wir wieder Bayern, Yellow, Blue. Wir nehmen wieder die Green Edition. Dann haben wir die Crop-Sensoren. Die werden dann interessant, wenn wir auch die Precision-Farming-Mods aktiviert haben. Denn ohne Precision-Farming gibt es hier keine Crop-Sensoren. Allerdings haben wir die hier auch in den verschiedenen Farben und Varianten zur Verfügung. Hauptfarbe haben wir alles, was das Herz begehrt, inklusive Lila, wenn wir das haben möchten. Zapwellenabdeckung können wir auch wieder in allen Farben machen. Deutsch-Far ist übrigens die Farbe hier für die Green Edition. Ne, um nochmal, obwohl, könnte vielleicht auch Waltra sein. Ah, ich glaube, Deutsch-Far passt da besser. Müsst ihr mitleben. Ich meine, ist eh ein Deutsch-Motor mit drin, ne? Also, an alle Fendt-Hater. Dann haben wir die Luftauslässe. Das wäre hier an den Seiten. Da können wir auch wieder verschiedenste Farben machen. Und dann die Felgenfarbe machen wir in dem Fall einfach mal wieder in Schwarz. Dann haben wir hier einen wunderschönen Fendt. Gefällt mir fast besser als im Original. So haben wir 224.000 Euro für ein 300 PS Traktor. Kann man auf jeden Fall machen. Schöner, schöner Mod. Insgesamt runtergeladen wurde. Der hat jetzt einen richtigen Sprung gemacht. Eben hatten wir zwei für 17.000 Downloads. Jetzt haben wir hier 29.000 Downloads. Also, der wurde deutlich, deutlich öfter runtergeladen wie Platz 4 und Platz 5. In dem Sinne kommen wir direkt zu Platz Nummer 2. Und ich möchte noch mal kurz Werbung in eigener Sache machen. Falls du den LS25 noch haben möchtest, kauf den doch gern in den Links in meiner Videobeschreibung. Damit würdest du meinen Kanal deutlich unterstützen. Wie schon gesagt, nicht jeder von den fünf Plätzen ist ein Fendt. Denn Platz Nummer 1 ist kein Fendt. Aber Platz Nummer 2 ist mal wieder ein Fendt. Habt ihr keine anderen Marken, die ihr gerne habt? Das ist ja unfassbar. Wir haben einen Fendt-Favorit 926, beziehungsweise 900 und 800. Das ist so ein Kombi-Mod aus beiden. Hier, wunderschöner Traktor. Ihr seht, ich habe ein bisschen was konfiguriert, damit der nicht ganz standardmäßig aussieht. Wir gehen rein. Machen kurz einen Soundcheck. Hat einen sehr blubberigen, kernigen, dunklen Sound. Auf jeden Fall ziemlich, ziemlich geil. Und in dem Sinne würde ich sagen, gucken wir uns dieses wunderschöne Modell doch einmal im Shop an. Finden tun wir den unter den mittelgroßen Traktoren. Erstmal als 800 Favorit. Aber da ist ein 900er Vario inklusive mit drin. So, dann haben wir als verschiedene Motor-Konfigurationen den 816 LSE. Turboshift 18, 22 und 24 mit 245 PS. Danach geht es weiter zu den normalen Turboshift. Turboshift 8, 16, 18, 22, 24. Selbe PS-Zahl. Danach geht es zum Turboshift LSV 8, 24. Turboshift LSV. Hier gibt es die kleinen Modelle gar nicht, also die kleinen Varianten. Im Übrigen, wir können auch mal eben reingucken, wenn wir durchklickern. Denn der Innenraum verändert sich so ein bisschen. Hier sehen wir einmal das Lenkrad. Wir gehen hier nochmal zum Turboshift hier. Wir haben gerade gesehen, hier ändert sich einmal, ja, auch draußen war es Auspuff, die Motorhaube, Luftfilter und sowas. Und dann gehen wir weiter zum Vario. Beim Vario ändert sich natürlich auch wieder der Innenraum. Wir haben keinen Schaltknauf mehr, sondern einen Vario-Knauf 9, 16, 20, 24 und 26 ist das Topmodell mit 265 PS. Reifenhersteller haben wir Trelleburg, Michelin, Continental, Mieters, BKT. Bei BKT haben wir hinten, warum auch immer, silberne Felgen. Das ist Special-mäßig. Wir können aber hier auch Standard haben. Ja, verschiedene Radkonfigurationen. Aber das Special finde ich ganz witzig. Das ist ein nettes kleines Gimmick. Und dann haben wir Fredestein noch, Nokian Tribes. Und bei Trelleburg haben wir beispielsweise Standard, Radgewichte, Breitreifen, Breitreifen mit Gewichte, Zwillingsbereifung hinten, komplette Zwillingsbereifung. Und dann haben wir Pflegebereifung in sehr, sehr schmal für den Traktor. Gut, wir nehmen hier irgendwie mal das Teuerste. Das wäre wieder Zwillingsbereifung. Kotflügel haben wir aktuell. Ja, das ist hier dieser Plastikrahmen. Den können wir entweder wegmachen oder den können wir noch breiter machen oder den können wir noch breiter machen. Das sind so die Varianten, die wir dazu haben. Lichttechnik. Haben wir einmal Halogen. Das können wir hier, glaube ich, ganz gut sehen. Oder LED. Ja, dann ist das ein bisschen heller. Das Licht ist ein bisschen weißer. Wir haben aktuell den alten Sitz, wir können aber auch den neuen Fansitz ranmachen. Baujahr, das sieht man hier an den Aufkleber, der hier gleich kommen wird. Haben wir aktuell keins. Wir haben Mark Oberdorf 800 oder Mark Oberdorf 900 als Möglichkeiten hinzu zu konfigurieren. Dann haben wir nochmal Aufkleber. Das haben wir entweder hier die BayWare oder die Agravis, sprich der Verkäufer, der lokale Händler, wenn man es haben möchte. Irgendwie Schröder wäre noch ganz cool gewesen. Gibt ja noch viele verschiedene Händler, wo man den Aufkleber drauf machen könnte. Wir lassen mal Agravis drauf. Kostet extra Geld. Macht natürlich gar keinen Sinn. Dann haben wir rund um Leuchten keine Halogen oder LED, die wir dann übrigens mit Simple IC auch hochklappen können, wenn wir Simple IC installiert haben. Wir könnten hier noch ein Leuchtschild ranmachen, wie zum Beispiel Jägermeister, Dieselrohrs oder Fendt. Und ja, meiner Meinung nach stört das allerdings, wenn man drin sitzt. Dementsprechend würde ich es persönlich nicht reinkonfigurieren, aber wer es mag, kann es natürlich gerne machen. Wir haben aktuell vorne 1600 Kilo Frontgewicht dran. Alternative wäre für 5000 Euro eine Fronthydraulik. Hier wieder mit Zapfwelle, Strom, Hydraulik haben wir scheinbar keinen. Oder ich bin doof, wer weiß das schon. Also Steuergeräte. Dann haben wir noch Frontladabau, haben wir Quickel, Hauer, MP Lift. Kenne ich nicht, weiß ich nicht. Und keins. Kein Fendt. Auch interessant. Hauptfarbe haben wir alles, was das Herz begehrt. Einmal das alles, was natürlich Fendt irgendwie ausmacht. Plus irgendwie Farben, die dann doch durchaus interessant sind. Designfarbe haben wir entweder Chrom oder Schwarz. Hier geht es vor allem um den Auspuff. Und dann haben wir natürlich nochmal die Felgenfarbe in alles Mögliche, was wir uns da vorstellen könnten. So, zum Beispiel Beige. Oder Chrom. Und während der Mod vorher 29.000 Downloads hatte, hat dieser im Übrigen 33.000 Downloads. Ich kann euch aber schon mal so viel sagen. Platz Nummer 1 hat nochmal eine ganze Ecke mehr. So, nachdem wir jetzt vier Fendt-Traktoren in der Top 5 hatten, bin ich froh, dass Platz 1 kein Fendt mehr ist. Wäre ja langweilig, wenn, sondern ein MB-Trakt und zwar 1.100 bis 1.800. Ich habe hier einfach mal ein bisschen was hingestellt. 1.100er in dieses Grau. Dann haben wir hier die Silberdiste-Variante und den berühmten Intercooler. Und ich würde sagen, wir steigen hier direkt ein. Genau dieses Modell kennt ihr übrigens aus meiner Mega 2XL Farm, denn dort fährt der auch rum. Ich habe tatsächlich nur einen einzigen Kritikpunkt an diesem Mod. Einen einzigen, den erzähle ich euch gleich, wenn wir in den Shop sind. Sound passt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich möchte nochmal kurz erwähnen, dass all die Mods, die ich euch hier zeige, in der Videobeschreibung verlinkt sind. Genauso wie die Links zum LS25. Wäre schön, wenn ihr da mal reingucken würdet. Und wenn ihr Bock auf mehr solcher Top-Videos habt, heißt, was sind denn die Top 5 Erntemaschinen oder was sind die Top 5 Gebäude, was sind denn die Top 5 Karten, dann hinterlasst dem Video gerne ein Däumchen nach oben, damit ihr YouTube auch zeigt, dass dieses Video zumindest nicht ganz kacke ist. Ab in den Shop. Finden tun wir den MB-Trakt zwischen den mittelgroßen Traktoren. Wir haben 110 bis 186 PS, manuelles Plus-Lass-Schaltstufen-Getriebe und noch ein Getriebe, dazu kommen wir gleich. 240 Liter Diesel, 50 kmh, 6,4 Tonnen. Wir haben als Konfigurationsmöglichkeiten Standard MB-Trakt Edition Silber-Diestel. Wir haben einmal Silber, wir haben den Schuko-Sondermodell, wir haben Stotz, wir haben den 1800 Intercooler in der Museums-Edition, wir haben den Acropix-Ost-Design, wir haben die Bundeswehr, wir haben die MB-Trakt Edition und irgendwann sollte hier auch nochmal die Standard-Variante wieder auftauchen. Hä? Da. Da ist sie. Ihr habt gesehen, die Editions sind vorgegeben. Wir können hier nicht die Farben selber auswählen. Bei den anderen Mods haben wir in der Regel, dass wir einfach hier zum Beispiel die Motorhaube einzeln auswählen können, die Kotflügel einzeln auswählen können, die Aufgräber einzeln auswählen können, die Standard-Farbe einzeln auswählen können. Fände ich persönlich deutlich geiler, als wie es jetzt ist, weil ich bin zum Beispiel ein Riesen-Fan von der Silber-Diestel-Lackierung. In Kombination mit grauer Motorhaube, grauen Aufklebern und so, finde ich persönlich viel, viel geiler. Da habe ich hier leider nicht die Möglichkeit, mich zu konfigurieren. So, Motor-Ausführung haben wir 1100, 1300, 1300 Turbo. Da haben wir 6 PS mehr. Und rein optisch sieht da auch nochmal ein bisschen anders aus. Wir haben 1400 Turbo, 1500, 1600 Turbo, 1800 Intercooler und das war's. Reifenhersteller haben wir Trelleburg, Michelin, Mitas, Nokian Tribes. Und bei Trelleburg haben wir beispielsweise Standard Breitreifen mit alten Felgen. Breitreifen mit neuen Felgen, die 38 Zoll Breitreifen, da haben die auch größere Reifen selber. Die 710er, das sind dann richtig dicke, fette Schlappen für viel Grip auf dem Feld und Pflegebereifung. Auspuff haben wir den oder den oder den oder den. Die vier Auspuff-Varianten haben wir. Heckgewicht können wir hinten draufsetzen, Standard bis hin zu 900 Kilo, damit er auch ordentlich Gewicht auf der Hinterachse hat. Was er auch braucht, damit er seine Kraft auch vernünftig aufs Feld machen kann. Also ihr braucht wirklich sowohl Heckgewicht, nicht unbedingt 900 Kilo, aber ihr braucht ein bisschen Heckgewicht, als auch ein Frontgewicht, damit ihr den Traktor vernünftig einsetzen könnt. Das kann ich euch schon mal sagen, ein mitgeliefertes Frontgewicht ist auch dabei, das zeige ich euch gleich. Dann haben wir, ja, Heckgewicht haben wir in 300 Kilo-Schritten. 300, 600, 900. Dann haben wir Radnabenabdeckung. Aktuell haben wir keine. Dann haben wir einen ganz normalen schwarzen Deckel. oder mit Stern, so, oder mit Stern, oder halt kein. So, dann haben wir die Heckscheibe, wie bei den meisten MB-Truck-Mods, können wir die als Aufstellscheibe machen. Das wird dann für Simple IC interessant. Mit Simple IC können wir die aufmachen, genauso wie wir mit Simple IC noch viele andere lustige Sachen machen können. Dasselbe geht für die Frontscheibe. Dort können wir die auch als Aufstellscheibe machen. Luftfilter haben wir aktuell einen kurzen drauf. Wir können aber auch noch einen langen rauf machen. Hier haben wir aktuell ohne Rundumleuchten. Da können wir dennoch zwei Rundumleuchten hinten ran machen. Und wir haben einmal hier das manuelle plus Lastschaltstufengetriebe. Für die Schaltfaulen unter euch können wir aber auch ein stufenloses G-Getriebe einbauen. Auspuffarbe haben wir aktuell Edelstahl. Bisschen oder Silber, soll aber Edelstahl sein. Können wir allerdings auch in Schwarz machen oder in Chrom. Und in dem Sinne war es das mit den Konfigurationen von diesem MB-Truck. Enden tun wir irgendwo bei 114.000 Euro. Ja, eigentlich ein guter Preis für einen Traktor in der Leistungsklasse hier im Spiel. Kann man auf jeden Fall machen. Dieser Mod wurde insgesamt 46.000 Mal runtergeladen. Ist also wirklich mit einem großen Abstand auf Platz 1 gelandet. Kann man wirklich nur sagen, Hut ab, schöner Mod, sehr beliebt. Zum Glück kein Fan. Versteht mich nicht falsch. Ich habe nichts gegen Fan. Aber ich bin einfach froh, dass hier nicht nur Fans in der Liste sind. Darüber bin ich ganz glücklich. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wie gesagt, Däumchen nach oben, falls ihr noch mehr dieser Art Videos haben möchtet. In dem Sinne, ich kann nicht mehr reden. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Danke und viel Spaß mit meinen anderen Videos. Guckt einfach weiter. Ciao. Ciao.